Herzlich Willkommen! Heute zeige ich euch die Iron Man Collectors Blu-ray Box aus Japan. Die Box ist limitiert auf insgesamt 3000 Stück und ist auch nummeriert. Und ja, wir haben noch eine Fine Art Special Figurine von Koto Bokiya. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Hier sehen wir einmal die Blu-ray. Also die Box ist nicht allzu groß. Dann haben wir einmal die Seite und ja hier ist die Iron Man Figur und auf dem Boden ist halt einmal dann die Nummer drauf geschrieben. Erstmal die Rückseite und die andere Seite und oben steht dann halt noch mal drauf Iron Man. Und am Boden haben wir dann einmal hier noch die Sprachen etc. Wir haben auch zwei Disks. Ich schätze mal Englisch und Japanisch. Ich kann das ja nicht richtig lesen. Und ja, machen wir das Ganze mal auf. Das ist hier dann wieder hier mit diesem Tesafilm Streifen. Ich habe die jetzt schon mal aufgemacht und reingeguckt. Ja, so sieht es dann nochmal ohne Folie aus. Ist auch, wie ihr schon sehen könnt, ein bisschen eingedrückt. Also die Box ist ein bisschen beschädigt. Und dann machen wir das Ganze mal eben auf. Und das sehen wir mit diesem großen Messer. Weil wenn man die mit der Hand aufmacht, ist das immer hier ein bisschen eingeknickt. Deswegen so. Und wir haben halt hier einmal vorne die Blu-ray drin. Habe ich jetzt auch schon aufgemacht. Die gucken wir uns mal eben an. Ja, das ist einmal hier die Iron Man Blu-ray. Ist auch wieder in so einem dicken Keep Case. Jetzt haben wir die Rückseite. Ist auch Region Free. So, hier haben wir dann einmal Disc 1, die Blu-ray. Und hier haben wir nochmal Disc 2. Ich schätze mal wahrscheinlich mit Bonus Material. Und dann haben wir hier noch ein paar Booklets. Hier ist noch ein bisschen Werbung. Und ja, noch mehr Werbung. Und ja, hier haben wir ein kleines Booklet. Hier steht nochmal drauf Hall of Armor. Gehen wir mal kurz durch. Hier steht dann halt über die ganzen Anzüge. Mark 1. Steht dann hier noch ein paar Sachen drüber. Ist auch Englisch und Japanisch. Also das heißt, man könnte sich das jetzt durchlesen. Und hier haben wir dann halt den Mark 2. Jetzt dann weiter. Und ja, hier haben wir den Mark 3 Anzug. So, hier den Iron Mongor. Und ja, die Rückseite. Das war es eigentlich auch schon mit der Blu-ray. Weiter geht es dann mit der Figur. Die habe ich jetzt schon rausgeholt. Und man sieht ja auch schon, dass hier einmal dann die Nummer drauf steht. Also Nummer 964 von 3000. Das ist einfach so ein Styropor-Teil, wo die Figur drin ist. Die habe ich jetzt schon mal rausgeholt. Und ja, so sieht die aus. Relativ klein, sage ich mal. Also wenn ich jetzt mal eben die Blu-ray daneben stelle. Aber sieht trotzdem noch sehr schön aus. Ein bisschen näher ran. Ja, so sieht die Figur in der Nahaufnahme aus. Und ist wirklich sehr schön verarbeitet. Nur weil das jetzt nicht so ein klassisches Rot ist. So ein mehr Bordeaux-Rot. Und ja, hier ist dann einmal die Base. Hier steht immer drauf Iron Man. Und auf der Rückseite steht dann noch mal drauf Iron Man Collectors Box Fine Art Special Figurine. Und ja, die Nummer ist 964 von 3000. Ist ja sogar handschriftlich drauf geschrieben. Ja, das war es eigentlich auch schon zu der Box. Kommt wie gesagt noch mit der Blu-ray der Figur. Und ist dann halt hier in der Box drin. Ein schönes Boxset zu Iron Man. Und ja, ich hoffe es hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns zum nächsten Mal. Tschüss.